Ah, ich sehe schon, ihr wartet schon auf den Gartenrundgang. Ja, wir starten mal mit dem Stück hier unten und gehen mal so die ganzen kleinen Gartenstückchen alle ab. Bleibt auf jeden Fall dran, es gibt sehr viel zu sehen und ich glaube, es ist für jeden was mit dabei. Ganz schnell ein kurzer Überblick, also das hier ist das erste Gartenstück, mit dem wir starten werden. Das ist schon relativ groß, hat verschiedene Beete und die gehen wir dann Stück für Stück hier alle mal so ein bisschen durch. Ich würde mal sagen, wir starten mit den Kartoffeln. Ja, wie man unschwer sieht, das Kartoffelkraut hier hat schon eine sehr gute Höhe, auch das hinter mir. Da gehen wir mal so ein klein bisschen entlang, dann zeige ich euch das mal schnell und auch die Sorten. Also wir starten jetzt oben an der Ecke. Hier, das sind Purple Rain Kartoffeln. Wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, warum ich die habe und gerne auch sehen wollt, wie ich die lege, da gibt es schon ein Video, da stopfe ich euch mal alles in die Beschreibung unten rein. So, diese Streifen, wie gesagt, Purple Rain, die haben schon eine gute Größe, sind eher ein bisschen früher dran. Dann kommen wir hier um die Ecke rum, hier zu den Sapomiererkartoffeln, die machen sie auch schon. Sie sind schon schön buschig und sehen auch wirklich toll aus. Und dann kommen wir hier unten noch zu einem Fleck Linderkartoffeln. Die Linderkartoffeln ist sowieso relativ bekannt, also ich denke, die kennen einige. Und die Sapomiererkartoffelsorte ist auch wirklich höchst interessant, vor allem wegen der Krautfolieresistenz. Und was mir auch noch aufgefallen ist, diese Sorten hier, Linder, Purple Rain und Sapomierer, die haben keine Probleme mit dem Kartoffelkäfer. Also da habe ich dieses Jahr vielleicht drei Stück auf den Lindas gesehen bisher, auf dem ganzen Rest nichts. Die scheinen da deutlich weniger beliebt zu sein. Eine kurze Orientierungshilfe. Da waren wir jetzt gerade bei den drei Kartoffelsorten. Und hier drüben bei meinem Riesenkürbis habe ich ja noch einen Kartoffeldamm angelegt aus Galakartoffeln, die ich aus dem Supermarkt hatte. Auch die machen sich sehr gut. Die beginnen auch schon zu blühen. Ich habe die einfach noch gepflanzt. Normalerweise pflanze ich die im Supermarkt eher ungern, weil sie schon ausgewachsen sind. Ja, deswegen habe ich sie gepflanzt. Ich pflanze sie eher ungern, weil sie stark vom Kartoffelkäfer immer befallen werden. Das merke ich auch dieses Jahr schon. Aber auch da sieht das Kraut schon sehr gut aus. So, unten rechts an meinem Garteneck befindet sich hier Topinambur, nämlich weißer und violetter. Da stelle ich mich mal nebenhin, dann sieht man die Größe vielleicht schon. Ja, der ist von letztem Jahr aufgegangen und der hat schon eine gute Größe. Also die zwei Meter schafft er wahrscheinlich jetzt im Juni noch. Der geht ab wie noch mal was. Der kommt auch schon Februar, März was aus dem Boden raus. Und dem ist es egal, ob es jetzt 30 Grad hat oder Frost hat. Der wächst einfach immer und der gefällt mir schon sehr gut. Also der steht wirklich robust da. So, vom Topinambur gehen wir gleich weiter hier nach rechts rüber, dann verliert die Orientierung nicht so. Ich habe hier auch was sehr schönes. Das ist Oka. Der sieht schon sehr gut aus. Für alle, die Oka vielleicht nicht so kennen. Oka ist eine Sauerkleaart. Der wird angebaut wie Kartoffeln, auch vom Zeitpunkt her und kriegt dann hier so kleine Dämme. Aber der entwickelt sich schon prächtig. Also der sieht wirklich gut aus. Dahinter dann auch Pfefferminz, der hier immer wieder im Randbereich meines Gartens zu finden ist, weil der tatsächlich auch so ein bisschen der Wühlmausabschreckung dient. Zumindest wurde es besser dadurch. Auch da, man muss nur aufpassen, dass er sich nicht zu stark ausbreitet. Und beim Schwenk nach oben kommen wir direkt zu den Erbsen. Die habt ihr so noch nicht gesehen, aber davon gibt es eine extra Videoreihe dann. Also keine Sorge, das habe ich alles schön mit festgehalten, bereits vom Auspflanzen. Und das ist sehr schön. Ich entdecke gerade die Beginnen zu blühen. Das kommt jetzt die letzten Tage so. Das ist schon mal sehr schön. Dann schwenken wir hier rüber. Da haben wir ein kleines rote Beetefeld. Die, die hier so ein bisschen gerupft und halb tot aussehen, die habe ich verpflanzt, weil sie zu nah aneinander standen. Jetzt allmählich kommen sie über den Berg und überleben es. Aber das sieht hier schon mal besser aus jetzt. Gut, dann habe ich hier rechts von mir Erdbeeren. Da kam ja erst das Video online. Und da sind schon wieder welche dran. Also ich habe die jetzt erst abgeerntet, aber die machen sich wirklich super. Also Erdbeeren sind echt super einfach zu machen. Ich habe da ohne irgendwelche Hintergrundahnung mal einfach ein paar Pflänzchen rausgehauen und gepflanzt. Anfangs eine Sorte ging mir kaputt, aber das sieht jetzt hier top aus. Dann habe ich hier drüben Knoblauch. Der wird jetzt dann auch schon erntereif. Man sieht es, der liegt schon ein bisschen drin. Hier habe ich wieder einen, der bildet Bulbillen. Also wenn ihr wissen wollt, wann ihr wie Knoblauch pflanzen müsst, was der Unterschied zwischen Bulbillen, Rundling und den Seen ist und was das alles dann mit der Kulturdauer bedeutet. Hier, das werden auch Bulbillen. Dann schaut in die Videobeschreibung. Da gibt es schon ein ziemlich ausführliches Video von mir, von letztem Jahr. Leider nicht in 4K, aber trotzdem in HD. Das müsste passen. So, dann kommen wir hier zum Rand, nach oben hin raus. Und da habe ich einfach mal Zuckermais. Der sieht auch schon ziemlich gut aus. Also da kann man sich nicht beschweren. Der macht sich echt gut. Dem gefällt jetzt auch das Wetter. Es ist schön sonnig und es hat endlich mal wieder geregnet bei uns. Man sieht es auch am Boden. Der ist total nass. Über 25 Liter hier bei uns. Das hat mich sehr gefreut, denn es war schon wieder alles krachend trocken. Und das gefällt natürlich den Pflanzen hier auch. Ja, Zuckermais, das ist eine größere Anzahl. Ich denke mal fast 50 Stück. Ich kann es gar nicht sagen. Aber der macht sich auch schon wirklich gut. Also hier geht quasi fast die komplette Länge hier entlang nach unten. So, zur Orientierung. Wir sind jetzt wieder auf der linken Ecke oben angekommen. Rechts waren die Kartoffeln. Jetzt sind wir links. Direkt neben dem Mais habe ich einen Regenbogenmix aus Karotten. Auch die sehen schon wirklich top aus. Auch davon wird es wie vom Mais extra Video rein geben. Also ihr verpasst nichts. Ich möchte da nur gerne von der Aussaat bis zur Ernte machen. So, im Beet daneben, da habe ich eine Direktsaat von Zwiebeln gemacht. Da war das Saatgut leider nicht mehr so toll. Deswegen habe ich jetzt hier nochmals umgegraben, unkrautempfernd und das kann ja Möhren nachgesät. Das ist eine F1-Sorte, eine orange Karottensorte und die haben eben ja hier so auspflanzte mit dem Juni, Juli. Das passt. Oberhalb kommen wir jetzt zu den Paprika. Ich drehe mich mal kurz. Zwecks des Schattenwurfs. Also hier habe ich gelbe Blockpaprika und rote Paprika, ganz normale. Und wie man sieht, hier geht es schon los. Da sind schon die ersten schönen Ansätze da. Auch hier kommen sie jetzt überall. Man sieht die ganzen kleinen. Das geht auf jeden Fall gut voran. Dahinter sitzt eine runde Zucchini, von der es ebenfalls eine extra Videoreihe geben wird. Und neben dem Paprika haben wir hier Peperoni, die sich auch schon sehr gut machen. Also das kann sich auch schon sehen lassen, meiner Meinung nach. Auch hier drüben, also da geht es voran. Wir wandern weiter nach links. Hier waren zur Erinnerung noch einmal die Purple Rain. Dann habe ich hier einen super Schmelzkohlrabi. Der wurde anfangs sehr mal trittiert vom Erbflo. Hat sich aber auch wieder gut erholt. Ja, der macht sich auch schön. Der wird schon. Hier drüben habe ich noch ein paar Radieschen. So, die Radieschen gibt es schon eine komplette Anleitung. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Habe ich euch da mal mit rein. Also hier da wachsen noch ein paar kleinere. Da muss aber bald geerntet werden. Denn hier ist schon wieder mein Erzfeind. Der haben einen Rand und der muss raus, bevor er ausdauert. Deswegen werden die nicht mehr allzu lange wachsen hier. Gut, also wir sind jetzt wieder so ein bisschen links oben in der Ecke vom Garten. Dann drehen wir uns rum und haben hier sehr schön und kräftig den Brokkoli. Elf Pflanzen, glaube ich, waren das. Der hat sich seit dem Auspflanzen super gemacht. Der hatte auch keine Probleme mit etwas kälteren Temperaturen. Der sieht auch wirklich schön aus, kräftig aus. Hat schon eine gute Blattgröße. Und ich denke, da dauert es vielleicht noch einen Monat. Dann kann man da schöne Köpfe ernten. Dem geht es wirklich gut. So, links davon habe ich zwei Kohlbeete. Nämlich einmal hier den Rotkohl und rechts davon den Weißkohl. Auch da sieht es schon wirklich top aus. Da kann man auch nicht sagen, der gewinnt gut an Größe. Legt allmählich an den Blättern zu. Also er beginnt hier schön aufzubauen. Hat jetzt auch keine größeren Probleme mit der Hitze. Es sollte nur nicht wieder wie letztes Jahr zu lange zu heiß werden. Auch die Schmetterlinge fühlen sich bei mir wohl. So, der wird jetzt gleich hochflattern, denke ich, wenn ich näher komme. So, also die freuen sich auch über den Regen. Hier der Reiskohl. So, dann wandern wir hier zum Ende vom Kohl. Da finden wir an den Ecken noch Chilis. Die haben das Auspflanzen überhaupt nicht verkraftet. Also die hier erholt sich gerade wieder. Die hier oben hat es ein bisschen besser weggesteckt. Die hat schon die erste rote Chili dran. Ja, der Strauch muss sich aber auch noch erholen. Und dann haben wir hier auf dieser Gartenseite quasi hinterhalb des Maises eine Zucchini und Romanesco. Romanesco ist eine Blumenkohlart im Endeffekt. So eine Kreuzung aus Blumenkohl und Brokkoli. Wird in der Regel ungefähr so hoch, also einen guten Meter hoch und bekommt wirklich schöne Köpfe, die dann echt wie eine Mischung aus Blumenkohl und eben Brokkoli schmecken. Das ist wirklich sehr interessant. Der macht sich auch schon sehr gut. Also die fühlen sich hier wohl, die wachsen gut und der bleibt hier jetzt auch mal schön im Wachstum die nächste Zeit. Hier habe ich da noch Blumenkohl. Der wird auch immer besser. Anfangs stellenweise waren welche dabei wie der hier. Den gefiel es gar nicht. Aber die fühlen sich jetzt hier auch wohl, also legen gut zu. Und da sollte eigentlich nichts problematisch werden die nächste Zeit. Das sieht also alles schon mal top aus hier. Bis auf den. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Der mag irgendwie nicht. So hier komme ich wieder zu meiner Toppinambur-Wand. Und dann habt ihr hier mal nochmal den Blick über den Garten. Wie gesagt Kartoffeln, Brokkoli, Radieschen, Superschmelz, Rotkohl, Weißkohl. Da oben waren Paprika, Peperoni, Karotten. Jetzt muss ich aufpassen wegen der Sonne. Blumenkohl, Erbsen, Oka, Erdbeeren, Mais, Romanesco. Alles Mögliche. Und wir springen jetzt mal darüber. So hier neben diesen Kartoffeln aus dem Supermarkt. Ja, die vom Kartoffelkäfer immer befallen werden. Da habe ich noch Blaubeeren. Da komme ich aber noch zu einem schöneren Strauch. Deswegen gehe ich da noch kurz vorbei. Eine kleine Feige. Und hier oben habe ich Physalis in Töpfen. Auch die machen sich schon wirklich schön. Das hier, ich ziehe die mal ein bisschen weg hier. Das hier ist eine Physalis. Die ist schon gut buschig. Und man sieht es auch, also da ist schon schön was dran. Diese kleinen Papierlaternenförmigen Beeren hier. Das werden die Physalis. Seht ihr das? Ich glaube schon. Das müsste man sehr gut sehen. Also die machen sich schon gut. Ah, hier sehr schön. Da sieht man schon die erste drin. Und da kommt die nächste. Hier sieht man so eine Blüte. Also die Physalis. Denen geht es gut. Auch hier, das sind alles Physalis. Da geht es schon gut voran. Auch hier sieht man wieder so eine kleine Blüte. Da machen wir keine Sorgen. Hier habe ich Erdnüsse in Töpfen. Ja, denen im Haus gefällt es besser, wie denen hier draußen. Aber die wachsen noch. Also da warten wir einfach mal ab, was das wird. Das kann ich noch nicht abschätzen. Hier oben am Randbereich, da sind eingepflanzte Erdnüsse. Auch die sind noch so ein bisschen mau. Im Haus drin, in Töpfen habe ich auch welche. Denen geht es besser. Zu den Erdnüssen gibt es auch schon ein paar Videos. Auch die stecke ich euch einfach in die Videobeschreibung. Und hier kommen wir zur Riesenkürbispflanze. Auch vom Riesenkürbis gibt es schon ein Video. Ich stecke einfach alles in die Videobeschreibung. Der macht sich schon gut. Der hat jetzt, ich denke knapp zwei Meter Länge. Er holt sich sehr gut. Hat schon viele Kürbisse dran. Aber man zieht hier zum Beispiel wieder einen und da vorne kommt der nächste. Aber ja, das Ganze sollte erst so nach vier Metern losgehen, damit ordentlich platt, was hinter dem Kürbis steckt. Und dieser Riesenkürbis steckt hier in einem Feld aus Erbsen, die ich hier als Gründüngung habe, damit einfach, bis der Kürbis dann nach unten weg ist, damit der Boden nicht so ausgewaschen wird und auch von der Hitze nicht so geplagt ist. Aber die Erbsen, die machen sich sehr gut. Also die blühen schon, die haben schon Schoten. Zwar schade, dass da ein größerer Teil eingefräst wird, aber bis wir da unten mal rumfräsen müssen. Da ist es ja wahrscheinlich September. Also da kann man schön was ernten. Und wie gesagt, die bilden hier alle schon Schoten. So zur Orientierung. Diese Erbsengründüngung, das macht ungefähr eine Fläche von 40 Quadratmetern aus. Ich denke, wenn wir hier mal so ein bisschen seitlich gehen, wird das eher bewusst. So ja, also wie gesagt, bis wir hier wirklich runterkommen und runterfräsen. Ja, bis dahin läuft noch ordentlich Wasser dem Jahr dann runter und entsprechend können wir da noch Erbsen ernten. So hier, oberhalb meines Gartens, befindet sich noch eine schöne Linde, die momentan wirklich gut aufblüht. Das passt videozeitpunktmäßig perfekt hier ins Programm, sage ich mal. Und die ist jetzt sehr beliebt bei Bienen, bei Hummeln, bei Schmetterlingen, bei allem Möglichen. Wie man sieht, die ist hier schön in der Blüte. Jetzt wurde ich gerade vom Schmetterling angegriffen. Aber die macht sich auch sehr schön. Haben wir die auch mal kurz mit festgehalten. Und dann springen wir zum nächsten Gartenstück. Hier ist quasi das Gartenstück mit der Gründüngung, den Kartoffeln und dem ganzen Spaß. Und dann kommen wir hier gleich zu diesem Garten. Wir fangen mal vorne an beim Reingehen. Und ich denke, ich führe die Kamera einfach immer nur so mit mir mit und tue nicht ständig vor der Kamera rum, weil ich glaube, das ist einfach schöner vom Bildverlauf hier und auch von dem, was man dann sieht. So, wir kommen jetzt vom Gartentürchen rein. Ich filme mal so, damit ich nicht immer den Schatten werfe. Wir haben hier noch ein paar Radieschen, Salat und Kohlrabi. Ja, das sieht schon sehr schön aus. Wird schon. Und auch hier der Kohlrabi. Also kann sich auch schon sehen lassen. Geht gut voran. Dann haben wir ein Beet weiter hier. Zwiebeln mit Karotten dazwischen. Ja, kennen sehr viele diese Anordnung. Und hier haben wir noch ein bisschen Lauch daneben. Also das ist kein Zwiebel. Das ist auch hier ein Beet. Gut, dann gehen wir gleich weiter. Wieder eins weiter nach hinten. Kommen wir hier zu den Stangenbohnen. Also das sind hier zwei Beete Stangenbohnen. Die sehen schon richtig gut aus. Also da man sieht es, die gewinnen auch schon ordentlich an Höhe. Schlängeln sich auch wirklich schön rum. Ja, da haben wir einmal hier. Und einmal hier drüben. Also da sind ebenfalls zwei Beete hier. Noch eins weiter hinten ist wieder ein frisches Salatbeet. Und hier drüben sind noch Buschbohnen, wie man sieht. Also das sind jetzt einfach so kleine Buschige und nicht mehr Stangenbohnen. Hier wird dann noch was anderes gesät. Und wir drehen uns jetzt zu dem letzten Bereich. Hier hatten wir ebenfalls Kohlrabi und Salat. Der Salat ist schon geerntet. Der Kohlrabi stellenweise auch. Denn der sieht schon wirklich gut aus. So, hier sieht man es mal ein bisschen. Ja, und hier wird gerade nochmals Salat nachgesät und Kohlrabi und solche Geschichten eben. Gut, dann springen wir einmal kurz aus dem Türchen wieder raus. So, es würden sich hier noch zahlreiche Bäume finden lassen, sprich Apfelbäume, Kirschbäume, alles Mögliche. Aber die Bäume sparen wir uns jetzt mal. Wir haben hier dann noch ein bisschen Maggi, der hier neben dem Garten wächst. Hier oben befindet sich Rhabarber. Da wurde auch schon einiges geerntet. Hier vor mir ist der Johannisbeerstrauch. Wie man sieht, die werden schon rot. Da geht sich gut was vorwärts. Ja, das sieht schon sehr gut aus hier. Die kann man auch schon kosten. Die sehen wirklich top aus. Ja, die sind gar nicht schlecht. Die kann man schon essen. Die sind auf jeden Fall schon reif jetzt. Die sind nicht schlecht. Und daneben haben wir hier einen Stachelbeerstrauch. Kennen wahrscheinlich auch sehr viele. Das sind einfach diese grünen kleinen Beeren hier. Da hat er einige dran, aber die brauchen noch ein bisschen. Die sind noch ziemlich hart. Die werden dann so leicht gölblich, wenn sie wirklich reif sind. Ja, aber der trägt auch einige. Man muss die immer so ein bisschen suchen stellenweise, weil die ja zwischen den Blättern hängen, die gleichfarbig sind. Aber dieses Jahr trägt er ordentlich. Also man zieht hier einiges. Und ich würde sagen, wir springen mal weiter zu einem anderen Bereich mit Sträuchern. Hier noch ein kurzer Zwischenstopp. Hier haben wir nochmals einen Johannisbeerstrauch. Der sehr groß ist. Der braucht allerdings noch ein bisschen. Hier sehe ich gerade, der hat auch irgendwelche Blattkrankheiten momentan. Naja, der hat Befall. Hier sieht man es auf der Rückseite. Aber okay. Ja, hier mal so zum Vergleich. So sieht das aus, wenn ich hier in diesem Johannisbeerstrauch drin sitze. Also die Sträucher, die machen sich schon gut. Die haben auch eine ordentliche Größe und tragen auch hier was. Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Hier drüben haben wir ein paar Himbeeren. Auch da geht es langsam voran. Die hier stehen jetzt komplett schattig. Deswegen sind die noch nicht so weit. Da sieht es noch ein bisschen mauer aus. Aber auch da geht es voran, wie man sieht. Also da wird es auf jeden Fall auch schon. Hier hätten wir einen von vielen Nussbäumen hier bei uns, die allerdings das Problem hatten mit dem Frost mal wieder. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Hier haben wir dann noch einen Wein, an dem momentan auch schon ein paar Träubchen gedeihen. Hier sieht man es zum Beispiel. Oder auch hier. Also das werden alles mal Trauben. Ich glaube, die Grillen gehen ganz schön ab im Hintergrund. Ja, da lassen sich immer wieder welche finden. Also auch da geht es voran. Sieht ganz gut aus. Und wir wechseln mal nochmal die Location so ein bisschen. Hier lernen wir uns gerade einen weiteren Bereich. Hier finden wir nochmals Himbeeren. Die bekommen so ab Abend ein bisschen Sonne ab und das merkt man gewaltig. Hier sieht es wieder sehr gut aus. Auch die sind schon reif. Da kann man mal wieder ein bisschen probieren. Das ist das Schöne, wenn man so viel im Garten hat. Das hier auch interessant ist eine sogenannte Maibeere. Ja, die wird auch so blaubeartige Beeren bekommt die. Ja, die Himbeeren sind schon echt lecker. Und das ist hier ein größerer Fleck davon also. Also hier, die machen sich schon sehr gut. Das hier werden mal Brombeeren sind jetzt momentan schön in der Blüte. Auch das ist ein größerer Strauch hier. Das ist eine Kiwi. Die ist dieses Jahr neu. Da müssen wir mal abwarten, wie sich die macht. Hier haben wir nochmals eine Maibeere. So sehen die aus. Gut, dann kommen wir hier um die Ecke. Da wird es nochmals interessanter. Hier werfen wir einen Blick ins Häuschen. Da haben wir ein paar Paprika und Tomaten. Aber da kommen wir gleich noch zu den Tomaten weiter rechts. Da sieht man noch ein bisschen mehr. So, wir haben dann hier noch Gurken. Ein paar Tomaten hier im Freiland. Nochmals etwas Petersilie hier. Und da haben wir einen Blaubeerstrauch, der schon jetzt nicht neu gepflanzt wird dieses Jahr. Und entsprechend sieht es hier schon schöner aus. Man erkennt hier schon, dass die Beeren kommen. In den Töpfen machen die sich immer sehr gut, die Blaubeeren. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Hier finden sich dann Paprikas und Tomaten. Also hier die Paprikas werden schon. Auch bei den Tomaten. Es gibt hier sehr viele verschiedene Sorten. Eben Schlangentomaten, Fleischtomaten, Ochsenherz, alles Mögliche mit dabei. Und hier ist nochmals ein Häuschen mit Tomaten. Das sieht auch schon wirklich sehr gut aus. Also hier, dann sieht man vielleicht auch mal so ein bisschen die verschiedenen Sorten. Und hier, das wird alles schon. Das sieht sehr gut aus. Ist alles momentan im Wachstum und dem gefällt es hier ganz gut. Ja, das kann sie wirklich sehen lassen. Also die tragen wirklich alle schon sehr schön. Sind auch noch schön in der Blüte. Überall, also da geht es gut voran. Ja, hier haben wir dann noch einen Kompost mit Zucchinis und nochmals Gurken. Aber auch da sieht es schon sehr gut aus. Also die Zucchini-Pflanzen haben schon eine sehr schöne Größe. Und nein Leute, wir fangen jetzt nicht wieder die Diskussion an, ob das hier Mehltau ist. Das ist wirklich nur die Musterung vom Zucchini-Blatt. Ich glaube, ich habe das jedes Jahr in mindestens sechs Beiträgen in irgendwelchen Gartengruppen. Die Diskussion, ob das hier Mehltau ist. Nein, das ist tatsächlich die Musterung vom Blatt. Da sieht man auch schon irgendwie so ein bisschen an dieser Regelmäßigkeit. Und ja, ihr könnt es mir natürlich auch nicht glauben und die Zucchinis ausreißen und neu pflanzen. Aber glaubt mir, die nächsten sehen dann wieder so aus. Das ist einfach diese Zucchinisorte und die Blattmusterung sieht hier entsprechend aus. Und da sieht man, da kommen auch schon die ersten schönen Zucchinis hin. Also auch da geht es voran. Das ist jetzt nochmals eine Feige, die schon ein bisschen größer ist. Hier steht noch eine Chalapeno-Pflanze dahinter. Die trägt auch schon, also auch da geht es voran. Und auch hier kommen überall zahlreiche kleine. Hier sieht man das, also auch die machen sich gut. Hier noch eine Hortensie, die schon ordentlich blüht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ordentlich was gezeigt und man hat wirklich sehr viel gesehen hier. Dann sind wir mit dem Video so weit durch. Die ganzen Sachen hier können natürlich jetzt schön weiter wachsen. Wir warten ab, was sich noch alles tut. Aber es könnte auf jeden Fall schlechter aussehen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder.